Ich möchte mal einen Kommentar abgeben wegen Michael Jackson, der leider Gottes von uns gegangen ist. Also mir tut's leid und mir tut's doch nicht leid, weil Michael Jackson war da noch eine Lachnummer. Und das, was er geleistet hat, okay, das hat er sich auch verdient. Aber damit hat es sich auch schon. Ne, es gibt ja andere Persönlichkeiten, die von uns gegangen sind und sang- und klanglos, spurlos verschwunden sind. Also Michael Jackson gehört auch dazu. Das war damals auch mit Elvis Presley so. The King of Rock und The King of Pop, alle beide sind weg vom Fenster. Elvis Presley ist leider Gottes nur 42 Jahre alt geworden. Und Michael Jackson ist wenigstens 50 gewesen. Aber alle beide sind selber dran schuld. Die sind selber dran schuld. So ist es. Das ist meine Meinung. Ich weine Michael Jackson keine Tränen nach. Das habe ich damals beim Elvis Presley auch nicht gemacht. Das war mir scheißegal. Die hätten mit ihrer Kohle das Beste daraus machen können. Aber nein, Michael Jackson. Ich liebe dich. Und dann jedes Mal mit seiner, wie er sich immer vorgestellt hat, wenn er irgendwo war, also das war zu lächerlich. Und Michael Jackson, verzeih mir bitte, aber du bist, wie soll ich das sagen, einfach zu, das war vorhersehbar, dass du, dass du untergehst. Der Herritions derived. Der Herrieg ist. Der Herr ist der Wiener.